Also jetzt hier ein normaler Bungalow, hat 25 Quadratmetern. Super schön, mit dem dritten Bett. Hier hat man die Gelegenheit, kann man da aufs Bett schauen. Ganz, ganz tolle Toilette. Und man kann von der Toilette zur Dusche. Super schön gemacht, ganz, ganz toll. So, mit Self. Hier hat man dann Garderobe, Klimaanlage. Alles da, was man braucht.